Der VW T-Roc, ein solides Auto. Man sitzt ein bisschen höher, es ist ein kompakter Crossover, praktisch ist er auch noch und wer ein bisschen mehr Leistung haben will, der nimmt den Benziner mit 190 PS. Trotzdem ist man damit bodenständig unterwegs und genau das ist jetzt vorbei. Denn die VW Entwickler, die haben ins Teileregal gegriffen und den hier rausgezogen. Das ist der 2 Liter TSI Motor aus dem Golf R. In Zahlen 300 PS, 400 Nm maximales Drehmoment, gekoppelt an ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und 4Motion, zu deutsch Allradantrieb. Ja und wenn dieser Motor hier verbaut ist, dann kann der T-Roc natürlich auch keinen normalen Namen mehr haben, sondern er wird zum T-Roc R. Aber das hier, das ist noch lange nicht alles. Denn einen T-Roc R, ja den muss man natürlich auch erkennen können. Es reicht nicht zu wissen, dass hier 300 PS drin sind. Das haben sich natürlich auch die Entwickler und die Designer gedacht und deshalb haben sie dem T-Roc R eine besondere Karosserie gegeben. Damit man den T-Roc R als solchen auch erkennt, gibt es eine Schürze, eine neue, mit großen Lufteinlässen. Auch T-Roc R spezifisch, das hier, das Tagfahrlicht, das wird übrigens auch zum Blinker, wenn es sein muss. Außerdem braucht man natürlich R-Logos. Hier vorne im Wabengrill und hier an der Flanke natürlich auch. Außerdem matt silberne Spiegelkappen. Und hier hinten eine neue, sportliche Schürze mit Diffuso-Einsatz. Und Felgen, serienmäßig 18 Zoll. Hier optional 19 Zöller. Pretoria heißen die guten Dinger. Und ganz wichtig natürlich die Auspuffanlage, eine Vierfachauspuffanlage. Hier haben wir die Titan-Auspuffanlage von Akrapovic drunter, so ähnlich wie beim Golf R, nicht wahr? Und ich habe das eigenhändig hier gerade überprüft. Es sind echte Endrohre, also keine Blenden. Wie allerdings die Standardauspuffanlage aussieht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur vier Endrohre. Gut, was gibt es im Innenraum zu sehen? Zunächst mal, klar, das hier ist ein T-Rock, auch wenn er das R im Namen hat. Was besonders auffällt, ist dieses blaue Deko-Element hier. Das ist optional mattblau, passend zur R-Herkunft des T-Rock. Das gibt es aber auch in Grau. Das ist dann die Basis. Dazu ein Sportlenkrad unten abgeflacht. Das kennen wir in der Form schon so aus der R-Line. Hier ist ein bisschen glänzend schwarz mit reingemischt worden und ein R-Logo. Ansonsten Sportsitze, klar, die dürfen nicht fehlen. Schließlich sagt VW, der T-Rock R ist auf der Nordschleife entwickelt worden. Da darf man ein bisschen Seitenhalt schon erwarten. Klassisch Alcantara-Bezug hier auf den Sitzen. Das finde ich ganz schick. Ja, und was braucht man ganz dringend in einem kompakten 300 PS SUV? Ja, eine Launch Control. Natürlich. Die hat allerdings keinen Knopf. Also ich würde gerne was zeigen. Kann ich aber nicht. Die wird einfach per Bremse und Gas ausgelöst. Schade. Wichtig ist, dass der T-Rock R nur so in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Das ist ganz anständig. Spitze ist übrigens bei 250 kmh. Da schneidet die Elektronik knallhart rein. Da ist Schluss bei 250. Mehr dazu gibt es dann im Fahrbericht. Ich kann das hier im Studio einfach nicht ausprobieren. Es tut mir leid. Ich würde gerne. Gut, kommen wir zum Wesentlichen, nämlich zum Preis und zum Marktstart des T-Rock R. Ja, weiß ich nicht. Denn offiziell ist das hier eine Studie und VW gibt den Preis nicht bekannt und den Marktstart auch nur so vage. Wer ein bisschen nachdenkt, wird aber trotzdem auf den Trichter kommen. Der Audi SQ2 hat auch 300 PS, bedient genau die gleiche Klasse und genau das gleiche Klientel. Ein extra starkes Kompakt-SUV und kostet 44.500 Euro in der Basis. Der Golf R startet ungefähr bei 44.000 Euro und deshalb ahne ich mal, dass der T-Rock R, wenn er denn in der zweiten Jahreshälfte 2019 bei den Händlern ist, auch ein Preisschild von ungefähr 44.000 Euro haben wird. Ja, und dann ist es mit dem braven T-Rock Image endgültig vorbei.